Bist du absolut komisch? Finden wir es heraus! Schläfst du ohne Kiste? Ich verstehe nicht, wie sowas gehen soll. Macht es jemand? Hängst du Klopapier falschrum auf? Das ist die größte Sünde, die man sich vorstellen kann. Und das ergibt noch nicht mal Sinn. Magst du kein Sprudelwasser? Okay, wenn es zu stark ist, meinetwegen, aber Sprudelwasser ist essentiell. Brustest du normales Brot? Ich muss sagen, bei manchen Brotsorten ist es echt gut. Aber normalerweise ist es echt ein bisschen komisch. Schläfst du auf dem Rücken? Hab ich noch nie verstanden, wie sowas gehen soll. Da bin ich ganz fein raus. Hast du die Fernseherlautstärke bei nicht vollen Zahlen? Ich immer auf 30, 40 oder 50, aber nie dazwischen. Das wäre nämlich schon ziemlich sass.